Herzlich Willkommen zurück, schön dass ihr da seid, ich bin euer Syphox und ich mache mir jetzt erstmal gerade ein bisschen Geld, damit ich hier die Möglichkeit habe, mir ein bisschen durchzutappen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen der Bombe, ich glaube ich muss das Ding strengen, aber ich bin nicht sicher. Das läuft eigentlich ganz gut vom Timing her. Okay, nehmen wir die Bombe. Die geht natürlich instant hoch, ne? Ah, das hab ich mir fast gedacht, okay. Machen wir erstmal den jungen Kollegen wieder wach und schauen wir mal, was wir noch so an Loot-Sachen finden. Ah, ich hab gedacht, ich kann die Bombe nehmen und in die Hand drücken. Schade, das wäre jetzt mein Gedankengang gewesen, die Bombe in die Hand zu drücken. Ah, ich kann auch sonst nichts anklicken. Okay, dann ist das schon mal nicht die Lösung. Gute Loot-Box. Alles klar, YouTube-Link kannst du ohne Probleme posten. Das ist kein Problem. YouTube, Steam und Twitch-Link kannst du posten. Alles andere ist natürlich untersagt. Ach komm, der sollte jetzt noch einen weiterspringen, ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt bin ich maxed out, weil ich schon so viel Shit hier zu tun habe. Los für die Loot-Box. Geil! So sieht's aus. Das kriegen wir eben. Ich hab jetzt mittlerweile echt Schiss, der Mund ist nicht zu drücken. Jetzt aber. Toll, hier тест. Ah, ist doch runtergefallen. Oh, der will Papier haben. Erinnert euch noch, dass da jemand Papier haben wollte? Die Bombe aufs Klo habe ich probiert. Ach, fuck. Ich mache irgendwas Falsches mit dem Klicken. Ja, ich kriege immer das, was ich nicht will. So schlimm kann das doch nicht sein, Slay. Mach das doch einfach mal richtig. Komm, einfach einmal anklicken und dann geht das auch. Siehst du, das ist doch schon wieder gut. Es wird wahrscheinlich besser gehen, wenn ich die Augen zuhalte. Klar, oder? Oh, ich finde es. Klumpp. Oh. 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 Ich weiß, ich die Million zusammenkriege. Komm für die Lootbox. Los für die Lootbox. Ich hab eine Million gewonnen, Leute. Boom, Baby. Ich glaub, ich hab genug Münzen gefunden. Wir können endlich in das Feld. Natürlich. Ich hab ja auch eine Million Gutschein gehabt. Scheiße. Ich komm noch nie ran. Ja, das ist der Mond. Oh Gott. Warum? Was für ein Schalter? Ich seh nichts. Warum tut das Spiel das mit mir? Oh, Luke. More ads. Gewinnen sie mit diesem Bonus-QR-Code eine Packung Knusper-Knusper-Müs. Was? Ihr wisst, dass ich es jetzt einscannen muss, oder? Wir sind uns alle einig, dass ich das jetzt einscannen muss. Wo sind meine Tools? Wo sind meine Tools? QR-Code nimmt er nicht. Okay. Hätte sein können, dass das noch ein Gimmick ist. Ist es nicht. Aber, vielleicht hat der ein oder andere es bemerkt. Im QR-Code selber sind Zahlen. Ich glaube, das wird unsere Lösung sein. Das heißt, wir sollten das hier nicht wegschalten. Eins, zwei, drei, vier. Ich gebe euch davon aus, dass wir jetzt hier sechs Schalter haben. Und wir die dann der Reihe nach kaufen müssen. Also. Der Schalter. 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 Geil! Knusper Knusper Müsli! Fantastisch! Knusper Knusper Müsli! Ich hatte schon ein kleines Loch in der Magengrube. Mal schauen, ob die Energie jetzt... Oh, hallo! Na das ist doch mal ein anständiger Bike, oder? Also da könnt ihr ja sagen, was ihr wollt, aber damit kann ich nicht arbeiten lassen. Und jetzt? Oh nein, ich muss mal Energiebalken so groß machen. Ach fuck you! Ernsthaft? Hier fehlt die 3. Hier fehlt die 1. Hier fehlt die 2. Hier fehlt die 4. Also. 1 2 3 2 3 4 Endlich Licht! Schauen wir mal, ob ich so Doku richtig mitbekomme. Ja, dein Balken kann sich sehen lassen. Das sag mal schon. Der wird gleich noch viel größer. 2 3 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 3 11 12 10 11 11 11 11 12 12 15 13 14 15 15 15 15 15 15 Oh, na dann. Wie praktisch. Diese Cheater, das Spiel hat mir gesagt, ich soll es so machen. Und wenn das Spiel mir das so sagt, muss es ja richtig sein. Außerdem tue ich das ja nur fürs Müsli, damit ich mehr Energie habe. Noch mehr Knusper, Knusper, Müsli. Nice. Na, das ist doch mein Energiebalken. Hero, the key just fell to the floor. Hurry up and get it. Woohoo. Party. Das Gefühl, ich verbrauche mehr Energie. Und jetzt ist es wieder dunkel, pass auf. Gratisgeschenk. Gratisgeschenk. A bar? No, are you talking about your energy bar? We may have taken things a little bit too far. Okay. Ah. 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 Okay, jetzt habe ich drei Fässer. Und jetzt muss ich die Gegenstände hier zurecht kaufen. Okay. Hier haben wir eine Truhe und ich meine, es bleibt jetzt nur noch die Feder. Okay. 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 ein hammer ich kann der schlüssel ist zu groß danke für die 10 wunderschönen teppich zu besudeln aktuelles sondergebot für 19,99 jemand der die prinzessin retten will oh böser dark lord ich spreche da mit mir kann mit diesem balken gesicht nicht sehen alles klar, gut nochmals sind es noch besser wo war ich? ach richtig ich hab's vergessen zu haben was für ein krieger für ein duell auf leben und tot skills ach ja das und vitamin b 1 2 und 5 alles natürliche inhaltsstoffe knusper knusper müsli das müsli das crunchy ist so genug gerät komm ihr kämpfe dann warte dich auf einen langen und schmerzhaften kampf vor in der nächsten folge euer sly ciao